...uns überall. Also Sie können uns nicht entkommen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter und wir sind live hier in den Rheinstudios in Düsseldorf. Immer montags mit der Beauty-Night von 20 bis 22 Uhr normalerweise. Heute bis 0 Uhr. Ein 4-Stunden-Beauty-Marathon. Brittain Todd ist im Studio. Komm, lass dich umarmen. Ich hab mich so an dich gewöhnt. Und vor allen Dingen an den tollen Effekt, den du uns mitbringst. Du hast die einzigen wirklich komplett unsichtbare Augen- und schmerzfreie Augenoperationen erfunden, die es gibt auf der Welt. Mein Dolmetscher-Uhr funktioniert gerade leider nicht, aber ich glaube, ich hab verstanden, was du gesagt hast. Also ich freu mich auch, wieder hier zu sein. Es geht hier um Anti-Aging und es geht um die Schwerkraftbekämpfung. Ja, ich hab's entwickelt für die kosmetischen Operationen und natürlich auch, ja, dass man gar nicht erst sich operieren lassen muss. Wenn man Schlupside hat, sieht man älter aus, sieht man müde aus. Und wenn wir älter werden, dann verlieren wir an Kollagen, an Elastizität und dann wirken wir schnell müde. Wir haben die perfekte Lösung dagegen. Lids by Design ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wir zeigen Ihnen live, wie Sie müde, gealtert wirkende Augen liften können. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. 266956, vielleicht können wir die Dolmetscherin, die liebe Linda, die uns hilft, ein bisschen leiser drehen, ihr Lieben, dass wir die hier im Studio ein bisschen leiser machen. Theo, kannst du Linda ein bisschen leiser drehen hier für uns am Monitor? Nee, geht nicht. Ach, schade, okay. Auch wunderbar, danke, ihr Lieben. Die Kollegen haben sich drum gekümmert. Wie funktioniert es jetzt mit den Schlupfliedern? Weil ich hab so viele Freundinnen, die sich beschweren, die sagen, ich kann mich gar nicht mehr richtig schminken. Das macht auch gar nicht mehr so viel Spaß wie früher. Aber wie geht es? Ich meine, bei dir könnte man ja glauben, es ist alles in Ordnung. Schauen Sie doch einfach mal bei mir. Ich mach das nur für Sie jetzt. Schauen Sie mal. Kommen Sie ruhig so nah, wie Sie wollen. Nicht zu nah, natürlich. Aber Sie sehen, das ist mein ursprüngliches Augenlid ohne mein Produkt. Kommen Sie näher, aber nicht zu nah. Aber es sieht müde aus, es sieht alt aus. Und ja, es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Nach nur einer Anwendung in wenigen Sekunden habe ich es angehoben, geliftet. Es wirkt konturiert, es wirkt jugendlicher in Sekunden. Patricks Gesicht ist toll. Wahnsinn. Ich dachte, ihm gerade so aus der Kamera kann man gar nicht sagen. Ja, und nicht nur für Frauen, auch für Männer übrigens. Wir haben viele männliche Kunden. Sollen wir das mal zeigen? Ich nehme Sie jetzt mal als mein Model, zumindest als mein Spiegelmodel, das mir den Spiegel hält. Wir haben einen YouTube-Channel übrigens, der darauf ausgerichtet ist, dass Sie genau sehen können, wie das Ganze funktioniert und was es überhaupt ist. Sie bekommen 80 Streifen. Sie sind hypoallergen, ohne Latex und Sie sehen, ich habe ein wirklich hängendes Augenlid. Es sieht müde aus, es sieht alt aus. In wenigen Sekunden werde ich das jetzt anheben. Schauen Sie mal. Erstmal gucke ich, wo ist denn die Lidfalte? Das ist der kleine Streifen. Wie gesagt, ohne Latex und Hypoallergen. Einfach schnell auftragen. Und wichtig ist es, leicht zu drücken, kurz zu halten, damit es auch wirklich funktioniert. Und Sie hätten doch niemals gedacht, dass ich so ein Schlupflied habe, das so alt und müde aussieht. Bitte, es war beim letzten Mal ausverkauft, es ist immer ausverkauft. Ich verkaufe es gerade zum dritten Mal aus an Sie. Wir haben es jedes Mal ausverkauft, wenn ich hier war. Ich weiß, ich zeige Ihnen mal, kommen Sie mal mit der Kamera ganz nah an meine Hand. Wir sind hier unter einem starken Scheinwerferlicht und ich zeige Ihnen den Trick, wie es absolut transparent wird. Jetzt sehen Sie ja den Streifen. Wenn ich ein bisschen reibe, bringt es nicht viel. Ich muss leicht drücken. Ich drücke und halte kurz und dann verblendet es sich sozusagen mit Ihrer Haut. Und dann wird es transparent, also unsichtbar. Sie sehen es nicht, Sie fühlen es nicht. Bei uns in den Telefonleitungen, wie gewöhnlich, wenn wir dieses Produkt zeigen, das explodiert gerade. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen kennen. Wir haben auch hier schon Herrn Lauterbach, der hat auch so ein bisschen Schlupflieder, aber komplett weg operiert, ohne Schmerzen. Und es funktioniert bei jedem. Wir können bei Patrick, wir könnten es anwenden, das ist kein Thema. Model haben wir heute nicht. Und es funktioniert bei jedem, der Schlupflieder hat. Ich kann das nicht selber machen. Und das, was Sie hier bekommen, da können Sie für jede Gelegenheit einen entsprechenden Streifen aussuchen, nämlich kleinere und größere, mit kleineren und größeren Effekten. Ich zeige Ihnen das nochmal, wie es geht. Schauen Sie mal. Erstmal schauen Sie, wo ist die Liegefalte, die runterhängt. Dann sehen Sie, hier ist die Lidfalte. Und jetzt einfach aufdrücken und sofort ist das Schlupflied verschwunden, in Sekunden. Mit mehr Selbstvertrauen können Sie jetzt unterwegs sein. Das ist ein Riesenset, das wir Ihnen schicken. Sie sehen das hier schon. Gleich werden wir den Test bei Patrick Günther machen. Ich bin sehr gespannt. Diese Bilder werden um die Welt gehen. Oh, ich hoffe, das meines kostet. 240 Bestellungen sind schon wieder eingegangen. 266956, die Artikelnummer. In meinem Redakteur stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Der zählt nach. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wenn Sie jetzt anrufen, wenn Sie jetzt bestellen, dann schicken wir Ihnen das ganze große Set noch. Sie haben also verschiedene Größen, die das Auge unterschiedlich weit öffnen. Probieren Sie das zu Hause in Ruhe aus und dann genießen Sie den Effekt. Die Brille ist schon mal angewölbt. Wir haben unterschiedliche Größen für einen lässigen Lift sozusagen, also für eine dezentere Anhebung des Augens und auch für einen dramatischeren Look. Sie können dann übrigens auch eine Pinzette nehmen. Also schauen Sie mal, hier ist Patrick. Sehen Sie? Hier haben wir überschüssige Haut. Dadurch sehen Sie müde aus. Und wenn man lange spät arbeitet, dann wacht man morgens vielleicht auf mit schweren Schlupflidern. Man sieht müde aus. Viel müder, als man eigentlich ist. Und schauen Sie mal, wie ich jetzt ganz leicht den Streifen aufgebe. Und schauen Sie mal. Jetzt hat er ein Augenlid. Da ist es wieder da. Da muss ich die Brille erstmal aufsetzen. Ich sehe das ja gar nicht. Wenn du ganz entspannt schaust. Wenn du nicht lächelst. Wenn du einfach ganz entspannt schaust, siehst du das. Krass, ne? Darf ich mir auch mal eins machen? Ja, es ist angehoben. Es ist wirklich wie ein Push-Up-BH fürs Augenlid. Und auch der ganze obere Teil sieht angehoben aus. Ich kann doch noch in den Media-Hafen gehen. Ja, jetzt sieht man viel mehr von Ihren Augen. Das sieht viel besser aus. Ich kann es nicht... Ja, komm her. Rutsch rüber, rutsch rüber. Ja, sehen Sie zu, dass Sie Ihres noch bekommen. Wir haben Wartezeiten jetzt für das Produkt. Das ist ein guter Tipp. Das hier ist sehr flexibel. Einfach so leicht umknicken und mit der Pinzette abnehmen. Und sofort hat man den Streifen in der Pinzette und kann ihn ganz leicht auflegen. Erstmal schauen, wo ist die Lidfalte, die runterhängt. Augen geschließen. Ich habe eine ziemlich große Marilyn Monroe Größe jetzt genommen. Auge öffnen, fertig. Oh, krass. Boah, ist der Effekt heftig. Bei dir müssen wir die andere Seite. Du siehst um das Auge rum, mal eben fünf Jahre jünger aus. Und du siehst eh gut aus. Sieht eh gut aus, danke. Der Wahnsinn, ne? Das Stück Lid ist weg, ja. Es ist ein unterstützendes Produkt fürs Augenlid. Ja, super. Also bei dir dürfen wir das zweite Auge machen. Bitte. Obwohl das andere knipst sich eh den ganzen Abend. Würdest du das zweite Auge machen hier, weil sonst sieht es wirklich aus wie... Oh no, if I have to be this way, you too. Wenn ich so aussehen muss mit nur einem Auge, dann ihr auch. Ich bin hier nicht die Einzige, die sich hier zum Affen macht mit einem umgelifteten Augenlid. Nein, aber jetzt im Ernst. Am besten auf der gereinigten, trockenen Haut auftragen. Und sobald es drauf ist, hält es 24 Stunden. Und Make-up können Sie natürlich ja noch auftragen. Wenn Sie Make-up auftragen wollen aufs Augenlid, dann bestellen Sie sich bitte, der ist auch lieferbar bei uns, diesen Concealer mit dazu. Das ist ein Primer fürs Augenlid. Das mache ich jeden Morgen. Das können Sie ganz leicht jeden Morgen auftragen. Das Video können Sie vielleicht gleich mal abspielen. Es geht ganz leicht. Das können Sie morgens ganz leicht auftragen. Wir haben hier diesen Primer entwickelt, weil wir eine Ebene brauchen, um Lidschatten aufzutragen. Und das hier, schauen Sie mal, mache ich jeden Morgen. Ich nehme mit der Pinzette den Streifen ab und dann schaue ich, wo hängt mein Augenlid runter. Hebe die Haut nach oben und gebe den Streifen auf die Lidfalte. Und sofort wirkt der Streifen unterstützend. Und ich habe ein Augenlid. Das geht so leicht und schnell. Jeden Morgen können Sie das machen. Erst Gesicht waschen, kein Make-up auftragen, keine Creme. Einfach den Streifen auftragen und danach Make-up. Wir haben jetzt limitierte Stückzahlen. Ich glaube, du bist es bei uns schon gewohnt, Britton. Sobald du mit dem Produkt hierher kommst, haben wir gerappelsvolle Telefonleitungen, egal zu welcher Uhrzeit. Und mir ist es einfach noch wichtig, das können Sie zwei, drei Mal zu Hause üben. Sie bekommen von uns ein Riesenset. Also es ist hier nicht schlimm, wenn Sie beim ersten Mal vielleicht noch nicht ganz genau treffen. Ich glaube, wenn Sie es ein, zwei Mal gemacht haben, wissen Sie genau, wo die Stelle an Ihrem Auge ist, wo Sie dieses Pad exakt anbringen, damit Sie den bestmöglichen Effekt erzielen. Nur was mir wichtig ist, ist, Sie wollen sich schminken mit dem Pad, das geht, dann brauchen Sie den Primer-Stift. Den haben wir im Angebot. Und dann können Sie darauf mit ganz normalem Make-up arbeiten. Genau, das hier ist ohne Primer und andere Primer haben Mineralöle, sodass die Streifen nicht mehr halten. Mit unserem Primer hingegen können Sie den Lidschatten danach perfekt auftragen. Schauen Sie mal, wie deckelt er ist. Das hier ist, wie gesagt, ohne Primer und das ist mit Primer. Da ist Coco-Glycerin enthalten. Also vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall noch. Die Herren brauchen den Primer vermutlich eher nicht, weil die den Strip einfach unsichtbar am Auge tragen. Für die Damen wäre das noch eine Idee, wenn Sie sich gerne mit schminken möchten. Sie öffnen Ihren Blick, Sie bekommen sofort Komplimente. Das Feedback unserer Kunden ist ganz fantastisch. Wir sind alle verliebt in Contours RX Lid-By-Design. Das Augenlid-Lifting gegen Schlupflider. 80 Teile schicken wir Ihnen und die unterschiedlichen Größen machen Sinn mit den 7mm-Stripes. Da haben Sie den großen Abend-Glamour-Look. Und die 4mm-Stripes, die sind für den Alltag genauso wie die 5mm-Stripes. Ja, wir haben Düfte verkauft. Ja, ich weiß. Ja, den Herren, das hatten wir vorhin ja schon.